Guten Tag und herzlich willkommen beim Podcast rund um YouTube, Musik und alles, was uns oder euch noch so interessiert. Und heute sprechen wir über ein sehr aktuelles Video und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, wir haben heute wieder zwei Themen, die allerdings diesmal sehr viel miteinander zu tun haben. Wir werden heute nämlich im ersten Teil über Tears of Time sprechen. Also sowohl über das Musikvideo wie auch über den Song selbst, denn heute soll es vor allen Dingen um Songwriting gehen. Dazu haben wir nämlich bisher tatsächlich noch relativ wenig gemacht und das, obwohl es Unmengen Songs auf dem Kanal gibt und auch schon echt viele Fragen dazu aufkamen. Und im zweiten Teil, da geht es dann vor allen Dingen um das Musikvideo, denn wir haben ganz, ganz viel Equipment im Einsatz gehabt, was wir bisher noch gar nicht im Einsatz hatten. Genau genommen fast alles. Und weil zu einem richtigen Gear-Talk natürlich auch ein richtiger Gear-Nerd gehört, ist heute wieder mit dabei der Klangcharakter. Guten Tag. Das hast du aber sehr schön gesagt. Es wird langsam, es wird langsam. Ja, im Tourhacer-Video hat er das guten Tag schon mal ein bisschen geübt. Ja, aber erstmal vielleicht vorneweg. Wie geht es dir denn so? Ich kann nicht klagen, mir geht es super. Und selbst? Mir geht es wunderbar. Mir geht es immer wunderbar, wenn wir hier am Quatschen sind. Ja, und im letzten Podcast, da habe ich ja vor allen Dingen dich Unmengen ausgefragt und heute drehen wir den Spieß um, denn wir werden heute mit dem Songwriting anfangen und den Gear-Talk diesmal ein bisschen nach hinten verlagern, weil dann sind wir ein bisschen chronologischer in der Entstehungsgeschichte dieses Videos. Genau, und für die, die das übrigens noch gar nicht kennen, falls jetzt jemand von außerhalb hin zugeschaltet hat, ihr findet alle drei Videos, die es zu Tears of Time gab, also Musikvideo, die Outtakes vom Musikvideo und das Making-of in der Videobeschreibung. Okay, ja, dann tu mir den Spieß jetzt gerade mal umdrehen. Ich werde nämlich jetzt dich mal ein bisschen interviewen, insbesondere natürlich jetzt zu dem aktuellen Musikvideo Tears of Time. Und zwar natürlich so die Hauptfrage, die mich in dem ganzen Musikvideo brennend interessieren würde. Was hat dich zu diesem Song inspiriert? Puh, also das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da verweise ich mal auf das Interview, was ich mit der Mieze letzten Mittwoch geführt habe, weil bei mir ist es ähnlich wie bei Mieze. Da hat sie ja auch bei dem Interview zu ihrem aktuellen Album ein bisschen darüber gesprochen, wie sie die Songs schreibt. Also, dass sie jetzt nicht unbedingt irgendeine spezielle Situation in ihrem Leben nimmt und daraus jetzt irgendwie einen Songtext oder so bastelt, sondern dass das eher sowas ist, dass man irgendwie eine gewisse Inspiration hat, die irgendwoher kommt. Meistens, weil man sich gerade mit irgendeinem Thema in irgendeiner Weise beschäftigt und dann, ja, fängt man an, den Text zu schreiben und dann inspiriert einen das, was man schon geschrieben hat eigentlich, weil man sich dann ein bisschen da reinversetzt. Also, bei mir ist es sehr, sehr häufig so, dass ich erstmal nur einzelne Wörter habe, die auf die Melodie passen und um die herum ich dann so die ersten Textzeilen aufbaue. Und dann ergibt sich der Rest des Textes eigentlich aus den Textzeilen, die schon da sind. Also, ich ziehe meine Inspiration quasi aus dem Song ein Stück weit selber. Ah, okay. Also, praktisch während der ganzen, oder die Entstehung baut sozusagen auf dem ersten Stein auf, wo du dann im Prinzip die nächsten Weichen stellst und dann immer mehr aus dem Ganzen ein Ganzes wird, sozusagen. Ja, so kann man das eigentlich sagen. Also, es ist teilweise bei Songs tatsächlich so, dass ich einfach wahllos irgendeinen Ton auf irgendeinem Instrument spiele und dann passiert irgendwie hundertmal bei einem Tonspiel nichts und dann erwische ich ihn gerade mal irgendwie auf eine ganz spezielle Art und Weise oder so. Und dann habe ich im Kopf den nächsten Ton schon irgendwie vorhanden, der sich dann so als logische Schlussfolgerung daraus ergibt. Und dann spiele ich den dazu und dann kommt der nächste logische Ton dazu irgendwie. Also, es ist schwer zu erklären. Aber oft ist es so, dass irgendein Grundbaustein einfach da ist und der Rest, der zieht seine Inspiration aus dem, was dann schon da ist. Und so baut sich dann nach und nach so ein Song auf. Ja, also im Prinzip so ein klassischer, künstlerischer Prozess sozusagen der Entstehung. Ja, kann man so sagen. Also, in vielen Dingen ist mein Songwriting sicherlich sehr typisch. Aber in vielen Dingen dann auch wieder irgendwie nicht so, glaube ich. Okay. Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal sehr interessant, weil da gibt es mit Sicherheit durchaus auch andere, die das vielleicht etwas anders machen oder die vielleicht schon mehr ein Stück weit ein Grundkonzept im Vorfeld haben oder eine Melodie vielleicht schon im Vorfeld haben. Ich habe, meine ich, auch schon mal von Leuten gehört, die darüber mal berichtet haben, dass die regelrecht irgendwie nachts aufgestanden sind um drei Uhr, weil sie irgendwie so eine Eingebung hatten. Und hatten dann schnell irgendwie die Melodie mal schnell auf dem Handy sozusagen abgespeichert, indem sie die vorgesummt haben, um dann am nächsten Morgen eben mit dieser kurzen Aufnahmesequenz dann im Prinzip direkt ins Produzieren reinzugehen. Das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Also, man muss dazu sagen, jeder Song schreibt sich anders. Also, es gibt jetzt nicht irgendwie so ein 0815 Prozedere, was man hat, sondern es sind mehr so mehrere Wege, die man gehen kann, um von einer Songidee zu einem Song zu kommen. Und meistens ist es bei mir dann so, dass ein Weg sehr häufig zum Einsatz kommt und die anderen eher nicht so oft. Also, meistens ist es bei mir so, dass das Instrumental als allererstes kommt. Also, ich probiere einfach musikalisch ein bisschen rum, meistens auf der Gitarre, manchmal auch direkt im PC mit virtuellen Instrumenten oder ich, weiß ich nicht, spiele auf meinen Krummhörnern oder Kornermusen irgendwie ein bisschen rum und habe dann irgendwie gerade so eine Idee für eine Melodie und darum baut sich das dann auf. Und ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, dass ich mich einfach mit der Gitarre hinsetze, wie irgendwas zusammenspiele, meistens beim Einsingen sogar. Wenn ich jetzt nicht beim Einsingen einfach irgendeinen etwas seichteren Song von mir singe, um reinzukommen ins Singen, sondern einfach mal so ein bisschen rumblödeln, dann passiert meistens beim Rumblödeln irgendwie so eins, zwei Töne, die irgendwie super zusammenpassen und die dann irgendwie den Grundstein dafür legen und dann baut sich auch das irgendwie so sehr nach und nach auf. Okay. Gut, ich denke mal, es gibt wahrscheinlich auch einfach unterschiedliche Charaktere. Es gibt wahrscheinlich die, die mehr sozusagen erst diesen rhythmischen Part innehaben und darauf dann eine Melodie oder einen Text komponieren oder eher diesen Weg einschlagen und umgedreht vielleicht auch eher die, die vielleicht erst einen Text irgendwie im Kopf haben und danach dann die Melodie sozusagen ausrichten. So gibt es vielleicht, denke ich mal, auch verschiedene Charaktere, wo man das, sagen wir mal, schon so ein bisschen danach kategorisieren kann, ein Stück weit vielleicht, dass der eine mehr so ist, der andere mehr so. Ja, also das ist auch so meine Erfahrung, wenn ich mich mit anderen Musikern unterhalte. Also es gibt viele, die zum Beispiel mit einem Gitarrenriff anfangen und die haben dann irgendeinen Gitarrenriff. Also weiß ich nicht, halt irgendwas Cooles, was dann am Ende auch relativ instrumental drin bleibt und darum baut sich irgendwie alles auf. Oder in Bands ist es ja auch oft so, dass irgendeiner einfach nur irgendeinen Riff mitbringt oder so ein Melodieschnipsel und dann entsteht im kreativen Prozess mit den anderen irgendwie was. Das ist natürlich schon ein bisschen anders, wenn man das größtenteils alleine schreibt. Also vom Roast Yourself mal abgesehen, habe ich ja die Songs eigentlich alle alleine geschrieben. Wobei Mieze natürlich immer auch ein Stück weit bei den Songs, wo sie dann mitarbeitet, auch ein bisschen Einfluss drauf hat. Weil sie natürlich auch ihren eigenen Gesangsstil ein Stück weit hat und dann auch sich oft direkt bei der Aufnahme so Dinge ergeben, wo man dann merkt, dass das anders halt einfach besser mit ihr funktioniert, weil das einfach dann vielleicht doch ein bisschen mehr zu ihrem Wesen auch passt, wenn man da ein bisschen was noch umstellt oder so. Also das Songwriting, das richtet sich zumindest minimal dann auch bei den Duetten ein bisschen noch nach Mieze, weil so ein bisschen Anpassung an ihre Stimme ist dann im letzten Schritt immer noch drin. Ja gut, ist klar. Ich denke auch mal, man kann so einen Song, wenn man sozusagen mit jemandem zusammenarbeitet, insbesondere ist dann wahrscheinlich auch nochmal der Unterschied größer, wenn du sozusagen als männlicher Part mit einer weiblichen Stimme zusammen agierst, ist mit Sicherheit nochmal was anderes, auch abstimmungsmäßig, als wenn du jetzt zum Beispiel mit einem anderen Mann noch singen würdest, weil da doch die Tonart vielleicht ähnlicher ist oder das vielleicht dann nicht ganz so schwierig ist oder halt auf eine andere Art und Weise, als wenn man noch eine weibliche Stimme halt hat. Ja, wobei ich würde glaube ich sogar schon fast eher sagen, dass das eher eine, ich sag mal, dynamische Frage ist, weil Tonart an sich ist eigentlich nicht so das Problem. Also es gibt ja nicht immer nur einen Ton, der passt, sondern so eine Tonleiter hat ja viele Töne und wenn jetzt irgendwas, was ich mir ausgedacht habe, für Mieze zu tief oder zu hoch ist, dann kann sie das ja einfach ein bisschen höher oder tiefer singen. Also da gibt es ja immer noch Möglichkeiten, wie man die Melodien ein bisschen abändern kann und wie die dann auch ein bisschen tiefer oder höher funktionieren. Ja. Also das ist jetzt nicht so das Problem, aber was natürlich immer sehr interessant ist, ist halt diese Dynamik, die dann so durch eine, jetzt speziell bei Tears of Time war das ja sehr extrem, dass man einmal diese sehr harte Stimme hatte, die von mir ja kam, also diese gezerrte Stimme. Das ist vielleicht übrigens auch mal ein Funfact, weil unter den, in den Kommentaren zu dem Video haben ja echt ein paar gedacht, das wäre einfach nur ein Gesangseffekt, der da drauf lag. Also die haben gedacht, ich habe da halt irgend so einen Verzehr-Effekt auf meine normale Stimme gelegt und deswegen klingt das so, nein, ich habe das tatsächlich so gesungen. Also fairerweise, man muss schon sagen, es ist so ein ganz, ganz minimaler Gain-Effekt drauf, also so ein ganz, ganz leichtes Angezerrt, aber ich sage mal 95 bis 98 Prozent der Zerrung in der Stimme habe ich tatsächlich so reingesungen, ja. Würde da, ich sage mal, was bringen, so blöd es klingt, wenn man in der Phase vielleicht erkältet wäre, dass sich das noch dreckiger anhört? Nein, also es würde sich definitiv noch dreckiger anhören, aber da ist dann auch der Sicherheits- und Gesundheitsaspekt sehr wichtig, weil die Stimme ist, also sie hört sich total gepresst an, sie hört sich total gebrüllt an und das ist auch so gewollt, dass sie sich so anhört, aber es ist sehr gefährlich, das so zu machen, wie es sich anhört. Also, ich habe mich sehr, sehr, sehr lange darauf vorbereitet und da kann man auch direkt mal auf einen Kommentar vom Arnulf dem Schandmaul von Kawao TV eingehen, der hat das nämlich auch gefragt, der ist nämlich selber Sänger. Speziell jetzt bei der Stimme, die diese Art von Stimme verfolgt, das war jetzt nicht wirklich ein Satz, aber ich singe seit vielen, vielen Jahren und ich habe schon vor bestimmt, weiß ich nicht, einem halben, vor einem Jahr angefangen, auch ein bisschen mehr mit der Stimme auszuprobieren. Also hier nochmal Grüße an Neuse-Cartoons, danke für das Dragonball-Video. Da nahm das so seinen Anfang. Das war so der letzte Auslöser, der noch gefehlt hat, weil kurz jetzt für die Erklärung nochmal, da sollte ich da sollte ich für eine Fernsehstimme einsprechen, weil das war so eine kleine Parodie über einige Dragonball-Serien. Ich kenne mich mit Dragonball nicht so aus. Auf jeden Fall wollte er von mir so eine Fernsehstimme haben, die ein bisschen kräftiger ist und die dann sowas sagt wie Dragonball! Und da habe ich das erste Mal so ein bisschen mit einer etwas anderen Stimme versucht, mich so zu artikulieren und dann halt sowas eingesprochen und dann gab es halt so dieses Dragonball und dann so Dragonball! GG! Genau. Und da fing das dann so ein bisschen an. Aber man kann jetzt, selbst wenn man schon länger singt, in der Regel, also ich weiß nicht, wie das bei anderen Sängern ist, aber da kann man sich dann nicht einfach hinsetzen und dann einfach mal ins Mikrofon brüllen und dann klingt das so. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich angefangen, ganz normal zu singen, ganz normal den Gesang zu üben, wie ich sonst auch immer mache und habe dann immer mal so ein Wort eingebaut, was ein bisschen verzerrter ist, was ein bisschen gepresster kam. Und habe aber von Anfang an darauf geachtet, dass das nie gepresst kam, nie mit Anstrengung kam, sondern dass das immer ganz, ganz locker rauskam. Und das war dann nach einigen Wochen Übungen ging das dann ganz gut und dann wurden es irgendwann zwei Wörter, irgendwann drei Wörter, dass man da ein bisschen mehr in einer sehr, sehr entspannten Art und Weise singen konnte. und irgendwann ging dann halt so eine komplette Line, also so ein kompletter Teil von der Strophe, irgendwann dann auch ein bisschen mehr und das hat Monate gedauert, bis man dann so auf dem Level war, dass man das wirklich entspannt und ohne das rauszupressen so hinbekommen hat. Okay. Und das funktioniert nicht, wenn man krank ist. Oh, okay. Also das funktioniert an Tagen, weil ich bin ja jetzt selber auch kein Profi, das funktioniert bei mir an Tagen, wo ich gut drauf bin beim Singen, wo ich gesund bin, wo ich fit bin und wo ich Zeit habe. Weil also normalerweise, wenn ich mich einsinge, brauche ich nicht so lange, ich spiele halt etwas seichtere Lieder von mir, die jetzt nicht so anspruchsvoll sind mit Singen, nicht so anstrengend sind mit Singen, die spiele ich auf halbem Level erstmal so durch und singe dazu ein bisschen, um mich warm zu machen und so nach, weiß ich nicht, ein paar Minuten ist man dann warm und kann normal das singen, was man sonst auch singt. Und bei dem Gesang ist es dann schon so, dass ich vorher eine halbe bis eine Dreiviertelstunde brauche, bis ich wirklich drin bin. Also erstmal eine halbe Stunde warm machen mit normalem Singen und dann erstmal auch so, wie man es halt monatelang geübt hat, mal ein Wort, mal zwei Wörter, mal eine ganze Line und irgendwann ist man dann drin, dann ist die Stimme warm, dann ist die Stimme darauf eingestellt und dann kann man das eine Zeit lang machen, ohne dass es anstrengt. Ja, also ich sage mal, es ist mit Sicherheit von daher mal recht interessant, weil ich denke mal, jemand, der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat und selbst mal irgendwie eine Erkältung hatte und ich meine, man hört ja seine Stimme dann, wenn die erkältet ist und denkt sich dann vielleicht, boah, das hört sich voll krass an, wie jetzt irgendwie bei ihrem Metal-Stück oder so, richtig cool, aber dass das im Endeffekt dann im Prinzip auch gesundheitsschädlich sein kann, wenn man dann mit dieser Stimme und dann vielleicht auch noch mit zu viel Energie dann versucht, da jetzt irgendwas aufzunehmen, dass es also auch in die Hose sprichwörtlich gehen kann, ist vielleicht gar nicht mal so uninteressant für den einen oder anderen, also dass man da schon auch sehr drauf achten muss. Ja, also ich würde es auch jetzt keinem empfehlen, weil man macht sowas schon ein Stück weit auf eigenes Risiko und man sollte auch schon eine Zeit lang viel gesungen haben, um genau zu wissen, wo die Grenzen sind, um genau zu wissen, wenn es sich jetzt so und so im Hals anfühlt, dann fängt die Stimme an, langsam zu ermüden, weil das ist jetzt meine unprofessionelle Weise, wie ich da rangegangen bin. Sobald ich gemerkt habe, die Stimme fängt an zu ermüden, habe ich sofort aufgehört. Ich habe mir dann nicht gedacht, doch komm, ein Take noch oder so, sondern sofort aufgehört, Stimme eine viel Pause gegönnt, sowas nicht jeden Tag gemacht, sondern nur, wenn ich halt auch gemerkt habe, dass ich einen guten Tag habe und ja, also empfehlen würde ich es natürlich deswegen keinem, weil man muss schon, denke ich, sich vorher sehr bewusst darüber sein, was man da tut. Ja, naja, das auf jeden Fall. Ja, interessant, vor allem, sagen wir mal, auch aus meiner Sicht, weil ich habe mich mit Songwriting jetzt noch nie auseinandergesetzt und während du die Songs schreibst, war ich nur ansatzweise mal so in kurzen Szenen mal kurz dabei und habe mal reingehört oder war mal bei dir zu einer Zeit, wo ich mal so ein bisschen, ja, dir über die Schulter geschaut habe. Ja, vor allen Dingen, das ist vielleicht auch noch eine witzige Anekdote zu Tears of Time nämlich, weil bei Mietze ist das ja auch so, also die ist ja auch relativ häufig mal hier zum Drehen oder so und die hört ja meistens auch schon, wie du auch, in sehr frühe Versionen der Songs gerne mal rein, wo dann nur ein Instrumental bisher steht oder irgendwas nur so provisorisch mal kurz aufgenommen ist, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert, bevor man sich dann die Arbeit macht, das ordentlich einzuspielen und gerade bei Tears of Time war es so in der frühen Version, weil es ist ja rhythmisch sehr anders, also es ist ja jetzt nicht so typisch, sondern da sind ja viele rhythmische Feinheiten drin, da sind viele Instrumente drin, die für sich genommen eigentlich auch eine ganz andere Rhythmik haben und die nur im Zusammenspiel funktionieren, also vielleicht weiß ich nicht, ob das jemanden interessiert hier aus unserer Zuhörerschaft, aber da könnte ich auch mal einen Podcast drüber machen, wo ich vielleicht einfach mal die einzelnen Stimmen von so einem Song mal aufdrösel und einfach mal so ein bisschen einen Einblick in den Aufbau von so einem Song gebe. Ich weiß nicht, vielleicht interessiert das ja jemanden, wenn ja, dann Kommentare und so, ihr kennt das ja. Genau, und die Anekdote, ich komme schon, ich schweife schon wieder ab, diese Podcasts sind furchtbar. Die Anekdote ist, dass Mieze eine Version gehört hat, wo Schlagzeug, Gitarre und Klavier schon halbwegs stand, noch nicht ganz sauber eingespielt war und ihr Kommentar war, das klingt, als wäre die CD stehen geblieben, weil das eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist, ich habe meistens, wenn ich eine bestimmte Instrumentenspur schreibe, schon die nächste im Kopf und meistens sogar schon noch zwei, drei weitere. Also ich schreibe immer mit unheimlich vielen Melodien und ich kann mich ja auch meistens beim Endmix gar nicht entscheiden, welche Melodie ich jetzt so cool finde, dass die hörbarer sein muss als die andere. Also meistens sind irgendwie vier, fünf Melodien gleichzeitig drin, die an sich für sich genommen eigentlich schon funktionieren und die einfach im Zusammenspiel mit dem Rest sehr viel werden und ja, ich glaube, das macht vielleicht auch so ein Stück weit meinen Stil so aus, dass ich ganz viele Melodien habe, die auch für sich genommen irgendwie schon ziemlich cool sind, also für mich zumindest. Na ja gut, ich sage mal, du hast dann in dem Moment natürlich auch ein anderes Gehör als jetzt Mieze, sage ich mal, die sich dann vielleicht im Vorfeld noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, dann bei dir mal zu Besuch kommt und dann vielleicht von den ganzen Spuren nur einen Teil hört. Ja, der Rest war ja auch zu der Zeit noch nicht existent. Der war nur in meinem Kopf und gerade bei dem Song ist es halt so extrem, weil da drei Instrumente im Zusammenspiel erst den Rhythmus mit dem Schlagzeug zusammen ergeben und wenn dann ein Instrument fehlt, dann fehlt eigentlich der komplette Rhythmus noch, außer man hat ihn halt schon im Kopf und das fand ich einfach nur ziemlich witzig, weil man da halt auch irgendwie schon so sieht, dass der Kopf eigentlich immer schon viel weiter ist als das, was man gerade schon umsetzt. Aber ja, also das jetzt einfach nur nochmal dazu. Ich würde sagen, wir beenden jetzt zumindest das Songwriting-Thema mal, aber wenn offene Fragen sind, dürft ihr sie natürlich gerne stellen, weil wir haben ehrlich gesagt auch nicht so wirklich eine Ahnung, welche Teile eines Songwritings jetzt denn eigentlich jemanden so interessieren. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie irgendwas Bestimmtes zum Songwriting wissen wollt, ansonsten mache ich euch einfach irgendwann nochmal was anderes fertig. Vielleicht so einen Aufbau-Podcast, wo man den Aufbau mal nachvollzieht oder so. Ja, und dann gehen wir, würde ich sagen, mal einen Schritt weiter in Richtung Musikvideo. Denn wir haben beim Musikvideo eine ganze Menge neues Equipment im Einsatz gehabt, was jetzt teilweise schon vorher bei anderen Videos im Einsatz war, teilweise noch gar nicht im Einsatz war, aber bei Musikvideos war das meiste tatsächlich für die jeweiligen Equipmentsachen eine Premiere. Richtig, ja. Ja, was vorher schon im Einsatz war bei Fire & Ice, also ich glaube auch nur bei Fire & Ice, ne? Die Panasonic Lumix G70 Kamera, ich glaube bei Musikvideos tatsächlich nur bei Fire & Ice bisher. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Bei Into the Sunlight, das war mit meinem Handy mit der Canon und davor hattest du die Kamera noch gar nicht. Echt? Okay. Das war For You. Das war zu Weihnachten. Naja, stimmt. Selbst bei dem Mittelalterprojekt hatten wir das ja noch nicht. Ja, das ist richtig. Ja, das For You kam ja sogar noch nach dem Mittelalterprojekt. Ja. Stimmt. Also für die Panasonic Lumix G70 war es das zweite Musikvideo. Genau. Und für meine Canon EOS 700D war es das was weiß ich wie vielte Musikvideo. Allerdings habe ich mittlerweile Magic Lantern drauf. deswegen ist das irgendwie wie eine neue Kamera. Aber das wäre jetzt ein bisschen geschummelt. Also die zwei Sachen sind auf jeden Fall da geblieben. Und deine Taschenlampe, die Phoenix FD41 die war bei dem Musikvideo tatsächlich auch im Einsatz. Auch wenn man davon kaum was gesehen hat, weil die eher ein Fülllicht war. Richtig, insbesondere halt fürs Gesicht, sage ich mal. Das war doch wichtig. Also bei der ersten Strophe hat man die im Einsatz vor allen Dingen gesehen, weil da hat sie sich sehr mit dem Rot vermischt. Und bei dem Rest war es eher so zur generellen Aufhellung des Bildes. Die war zum zweiten Mal im Einsatz beim Musikvideo. Und der Rest war glaube ich noch nie im Einsatz, oder? Wir gehen einfach mal alles durch und gucken das mal. Das würde ich auch sagen. Das wird einfach zu kompliziert. Also wir haben da mal gehabt, ein Mega-Objektiv. Das haben wir im Vlog bereits schon mal angesprochen, weil du hast dir wahnsinnig, wie du bist, noch am Morgen vor dem Musikvideo, quasi auf dem Weg zu mir, bevor es Richtung Musikvideo-Location ging, ein neues Objektiv gekauft. Ja, sage und schreibe 12,99. Ja, also nicht 12,99 Euro, sondern also knapp 1300. Genau. Und zwar eine 12 Millimeter Festbrennweite mit sehr, sehr schöner Offenblende. Ja, kam jetzt im Musikvideo vor allen Dingen bei den Aufnahmen zum Einsatz, die sehr viel gezeigt haben, also bei den Anfangsaufnahmen, wo man vor allen Dingen die Location erstmal sehen konnte und ein bisschen auch, ja, um reinzukommen in die Location als Zuschauer und bei den Gitarren Aufnahmen, wo ich direkt vor der blauen Beleuchtung stehe und wo sehr wilde Kamerafahrten dabei sind und, ja, da kamen die auch zum Einsatz und was war dein erstes Fazit? Ich glaube, das war sogar im Block noch drin. Ja, also ich muss sagen, gut, es ist im Prinzip auch für das Micro 4 Surts Format von Panasonic so ziemlich die beste Linse, die man so kaufen kann. Mal mit Ausnahme von, ich glaube, die Portraitlinse mit 42,5 Millimeter, die ist auch extrem scharf, aber so für ein Weitwinkelobjektiv ist es, sagen wir mal, in dem Kameraformat eigentlich so das Beste, was man kaufen kann, was eben entsprechend auch die geringe Offenblende von 1,4 ermöglicht und ja, ich muss sagen, die Bilder sind wahnsinnig scharf, richtig gut, kaum Verzerrungen drin, also für ein doch schon fast Weitwinkelobjektiv, gut Ultraweitwinkel würde ich es jetzt noch nicht bezeichnen, aber Weitwinkel auf jeden Fall waren die Aufnahmen echt Wahnsinn, also muss man schon sagen. Ja, also auch für mich im Schnitt, ich habe im Schnitt schon gemerkt, das hat schon einen sehr, sehr coolen Bildstil, also es ist eher punktuell zu gebrauchen, vor allen Dingen für den Vlog-Bereich ist das super, vor allen Dingen für den Fotobereich ist es in einigen Bereichen sehr, sehr cool, aber im filmischen Bereich, so in Richtung Musikvideo ist es vor allen Dingen für die Aufnahmen gut, die dazu dienen, am Ende die Location auch zu zeigen und nicht nur uns als Akteure, also vor allen Dingen eher für die wenigen Panoramaaufnahmen, die aber richtig gut kommen sollen und dafür ist es wirklich perfekt, also macht auch ein sehr plastisches Bild, ja und das fand ich auch mega cool, weil man auch so richtig schön die, ja wie soll man es nennen, die tiefen Wirkungen des Rauches, also des Nebels. Richtig, genau, also wenn gerade in so Situationen, wo sozusagen eine Nebelschwade irgendwie zwei Meter entfernt aufsteigt und noch eine Nebelschwade, wie auch immer, Meter davor und die sich dann so überschneiden, also das hat man wirklich richtig gut gesehen, also das war sehr beeindruckend. in Verbindung mit Kamerabewegungen, das sieht schon, also da muss man auch leider sagen, YouTube verschluckt da leider ein bisschen die Qualität. Richtig, ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Mordslinse, war auf jeden Fall sein Geld wert, denke ich. Ja, gut, also man muss dazu sagen, ich habe mir die jetzt natürlich nicht nur für hier unsere Musikvideos etc. geholt, sondern vorwiegend für die Astrofotografie, weil mich das sehr reizt. Ich bin halt sehr gern nachts unterwegs und ja, da ist es so die Toplinse eigentlich im Moment, wenn man so Sternbilder und sowas machen will. Ja, weil du eine Nachteule bist. Genau. Genau, aber wir haben noch ein zweites Objektiv neu im Einsatz gehabt, das kam im Vlog gar nicht vor, das ging nämlich selbst beim Drehtag schon komplett unter, dass das neu ist, weil du das ja schon irgendwie eine Woche oder so hattest und das war bei der Geschwindigkeit, in der du dir im Moment alles zusammenkaufst, einfach schon so von vorgestern war, nämlich eine 42,5 Millimeter Festbrennweite, ebenfalls mit sehr, sehr hoher Offenblende und jetzt an der Stelle auch nochmal für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben, was jetzt Blende ist, also Offenblende bedeutet viel Offenblende ist viel Licht und schöne Unschärfe im Hintergrund, vor allem bei hoher Brennweite. Genau. Genau. Ja, im Prinzip bei dem Objektiv auch wieder zweierlei Gedanken, zum einen klar für die Videoproduktion, zum anderen ist es mit 42,5 Millimeter durch den Kopffaktor sind wir bei 85, eine sehr gute Portraitlinse, also wenn man dann mal so ein paar Shootings macht mit Freundinnen oder Freunden, wo man halt mal so Portraitaufnahmen machen will, das ist halt optimal. Was auch noch sehr interessant ist an dem Objektiv, es hat einen Bildstabilisator mit drin, das hat man durchaus auch auch jetzt bei der Musikvideoproduktion schon gemerkt, dass das also durchaus dann nochmal so kleine Mikrowackler eben dann nochmal rauskompensiert und ja, genau, also das habe ich auch durch Zufall, sagen wir mal, dann bei Kleinanzeigen geschossen, gebraucht, deswegen, ja, ging das auch irgendwie ein bisschen unter, weil das so am Rande dann mal schnell, ah, okay, das ist interessant und ja, da bietst du jetzt mal mit. Ja, fand ich vor allen Dingen interessant, weil wir das sieht man vor allen Dingen in der ersten Strophe des Musikvideos sehr, sehr schön, wir haben nämlich da eine Kleinigkeit mal ausprobiert, die eine extrem coole Wirkung gemacht hat, nämlich, wir haben dieses Objektiv genommen und haben die Szene die Szene der ersten Strophe mehrmals gedreht und haben dann eine andere Linse genommen, nämlich die 25mm Linse, das ist tatsächlich, ist das noch die ältere, die du schon vorher im Einsatz hattest oder hattest du die auch ausgetauscht? Also zuerst hatte ich ja die erste Linse, die ich mir überhaupt gekauft habe, das war die 25mm 1.7, so dieses Standard oder das günstigste Objektiv, was es so bei Micro 4serts gibt und das hatte ich dann aber mal ausgetauscht, weil eben das 1.4er Panalaica sozusagen doch nochmal eine Stufe besser ist und ja, das habe ich dann zwischenverkauft und das eine dann auch wieder gebraucht gekauft. Ja, also mit anderen Worten, das Equipment-Video mit Klangcharakter ist eigentlich nicht mehr aktuell, weil davon nichts mehr existiert. Ja, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, was nämlich jetzt gerade für die Videofilmer unter euch vielleicht interessant sein könnte, wir haben die erste Strophe zwar mit dem gleichen Bildausschnitt gefilmt, aber mit zwei völlig verschiedenen Brennweiten und dadurch ist ein Stück weit auch diese Unruhe, die in der ersten Strophe rüberkommen sollte, viel besser zur Geltung gekommen. Also das fand ich vor allen Dingen im Schnitt interessant, weil natürlich bei unterschiedlicher Brennweite und unterschiedlichen Objektiven auch die Hintergrundunschärfe immer ein bisschen anders ist und das fand ich persönlich jetzt, weil wir das jetzt diesmal halt mehr durch Zufall fast schon ausprobiert haben, einfach extrem cool auch mal zu sehen, was so zwei verschiedene Brennweiten eigentlich miteinander in Verbindung anfangen, wenn man den Bildausschnitt so wählt, dass man gar nicht sieht, dass das zwei verschiedene Bildbrennweiten sind. Fand ich sehr interessant, war eine Sache, die wir neu ausprobiert haben in dem Musikvideo und die uns sehr gut gefallen hat. Richtig. Ich meine gut, man muss vielleicht da an der Stelle auch nochmal erwähnen, wir hatten in der Location ja auch nicht unbedingt so viel Platz, also das heißt, wir waren schon recht eingeschränkt in dem Bewegungsspielraum zwischen demjenigen, den man aufnimmt und demjenigen, der aufnimmt, also der die Kamera hat. Sprich, ich konnte mit der Kamera auch nicht unbedingt so viel weiter zurückgehen, weil dann hätte ich zum Beispiel rechts und links das Licht mit drauf gehabt und so weiter und so fort. Allein dadurch macht es natürlich schon Sinn, mit verschiedenen Brennweiten zu arbeiten. Wir haben so eine tolle Überleitung jetzt, weil genau das war nämlich auch ein Problem, dass wir mit einigen Shots hatten, dass der Schatten von dem Schulterstativ nämlich gerne mal mit dem Bild war oder dadurch, dass wir eben so extrem mit ganz vielen verschiedenen Brennweiten gearbeitet haben, auch gerne mal, vor allen Dingen bei den Szenen, wo wir Mieze aus zwei Perspektiven gleichzeitig abgefilmt haben, dann plötzlich der andere Kameramann im Bild war, weil wir einfach keinen Platz hatten. Und, und das ist jetzt die tolle Überleitung, weil nämlich das Licht manchmal das Problem war, wir hatten diesmal auch richtig, richtig, richtig cooles Licht, und zwar von Cameo, zweimal die sogenannten Multipark Hop 1 und das waren diese tollen Beleuchtungen, die hast du allerdings schon viel länger, wir hatten sie bisher nur noch nie im Einsatz. Richtig, genau, also das ist im Prinzip so eine Investition gewesen, insbesondere für mein Gewerbe ebenso als klassische Lichtorgel, die man praktisch rechts und links auf die Bühne aufstellt und die Tanzfläche mit ausleuchtet. Also Klangcharakter ist Veranstaltungstechniker, nochmal für alle, die das jetzt noch nicht gewusst haben, also vor allen Dingen für die, die vielleicht von außen mal reinhören. Genau, ja, und das Licht, das ist im Prinzip, wenn man es grob beschreiben darf, besteht aus vier LED-Strahlern, die mit RGB-LEDs ausgestattet sind, also mit Rot, Blau und Grün und da kann man im Prinzip so ziemlich jede Farbe mitmischen und hat auch eine recht hohe Lichtausbeute und der Abstrahlwinkel ist, glaube ich, so um 60 Grad, also auch relativ breit und da kriegt man halt jetzt, gerade im Fall von dem Musikvideo die Location, konnte man damit dann doch sehr gut ausleuchten, weil pro Lichtorgel sozusagen vier einzelne Scheinwerfer drunter hängen, die man auch flexibel verstellen kann. Also ich glaube, wir machen da einfach mal irgendwann in Zukunft ein Video zu, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, das dann so zu erklären. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Teile mit sehr schön viel Licht und sehr schön farbigen Schatten haben wir da hingekommen. Also das hat extrem viel Spaß gemacht. ja und waren so generell Lichter, die wir, glaube ich, einfach auch häufiger einsetzen sollten, weil die einfach mega cool waren und man damit so viel machen kann. Ja und als zweites Licht, wie bereits angesprochen, die Phoenix FT41, eine Taschenlampe, die aber echt nur sehr punktuell zum Einsatz kam, vor allen Dingen, um Lichteffekte zu machen auch. Also vor allen Dingen bei den Gitarrenszenen, die eben nicht aus Panorama ausgelegt waren, sondern vor allen Dingen den Gitarrenszenen, die aus der Nähe waren, die waren übrigens mit meiner Kamera aufgenommen, dazu gleich mehr. Einfach um da noch so ein paar kleine Reflexionen aus der Gitarre rauszukitzeln zum Beispiel oder wie gesagt bei der ersten Strophe, um das Gesicht noch ein klein wenig heller zu machen, damit man auch so nach und nach immer mehr so in diese farbige Szene reingeschmissen wird und nicht gleich von Anfang an alles rot-blau hat. Genau, das war diesmal unsere Beleuchtung, deutlich professioneller als sonst und mal ohne Softboxen und eine Nebelmaschine und für die ganz Aufmerksamen tatsächlich keinen Tourhacer 2, den wir jetzt schon zweimal als Thema hatten, sondern eine andere Nebelmaschine. Richtig, genau. Was war denn da los, Mr. Klangcharakter? Was ist da passiert? Gut, also grundsätzlich habe ich ja zwei Nebelmaschinen bei mir im Verleih im Einsatz. Das ist also einmal der Tourhacer 2, wo wir auch schon mal ein Video sozusagen über die Wartung oder zwei Videos. Ja, stimmt, genau. Das eine von der Musikmesse, das muss man auch erwähnen. Ja, ich habe mich aber bewusst bei dem Musikvideo jetzt gegen den Tourhacer entschieden, weil das ein Hazer ist, der eher einen dünnen Nebel produziert und durch den Lüfter zumal auch ein Eigengeräusch entwickelt, was ich jetzt für das Musikvideo dann auch nicht wollte, weil wir haben ja da zum Teil auch ein Stück weit ein paar Tonaufnahmen gehabt und da wäre so ein Lüftergeräusch dann auch nicht so toll gewesen. Ja, also gerade auch im Hinblick auf die Outtakes ist das natürlich immer auch so. Ja. Also das ist zwar jetzt nichts, was wir berücksichtigen würden jetzt speziell, aber ich ärgere mich zum Beispiel darüber, dass ich mein Mikrofon für meine Kamera nicht vergessen habe und deswegen manche Outtakes leider nichts geworden sind, weil man da einfach nichts versteht, weil das Mikro gefehlt hat. Genau. Ja, und zum anderen ist der Tourhacer natürlich auch gefühlt dreimal so schwer wie diese kleine Nebelmaschine, die ich da habe und die Nebelmaschine produziert einen Nebel, der halt einfach auch ein bisschen dichter ist und das war jetzt gerade für das Musikvideo wesentlich besser, weil da konnte man mit einem, ich sage mal, kleinen Nebelstrahl dann doch den perfekten Effekt dann auch bewirken, das hätte man mit dem Häser an der Stelle dann nicht so hinbekommen. Ein kleiner Tipp an der Stelle für alle, die mal Musikvideos drehen werden und mit Nebelmaschine drehen wollen, wenn ihr sehr dichte Nebel habt, dann filmt mit einer kleineren Brennweite eure Nahaufnahmen und wenn ihr eine höhere Brennweite benutzen wollt, dann macht weniger Nebel, weil ansonsten habt ihr das Problem, dass man nur noch den Nebel sieht, aber die Protagonisten nicht mehr, aber wenn man vor allen Dingen sehr, sehr viel Nebel haben möchte, also vor allen Dingen so viel wie bei den Nahaufnahmen von Mieze vor allem, dann nehmt lieber eine geringere Brennweite und geht näher ran, weil da könnt ihr auch mit sehr viel Nebeleffekt noch was von den Leuten erkennen. Ja, das ist richtig. Genau. Dann zu mir, denn bei mir gab es auch ein bisschen was Neues, also das, es gab ein neues Objektiv, endlich auch mal einen 50 Millimeter Festbrennweite, das heißt, endlich gibt es bei mir jetzt auch so schöne Kinoaufnahmen, weil vorher hatte ich nur einen 24 Millimeter und ja, das KIT-Objektiv, was aber jetzt nicht so Begeisterungsströme bei mir auslöst, weil die Lichtstärke sehr gering ist. Genau, und das 50 Millimeter mit Blender 1.8 ist nun auch bei Musikvideos zum Einsatz gekommen und ich bin extrem begeistert, vor allen Dingen vom Bouquet, also das gefällt mir unheimlich gut, weil das so richtig schön Kino kriselt, so ein bisschen. Also, man muss dazu sagen, wir haben halt diese Aufnahmen gemacht und ich habe die mir dann zu Hause am PC angeguckt und ich war hoch erfreut und habe mich bestimmt eine Stunde lang darüber gefreut, dass dieses Bouquet genau so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau. Ja, aber das hatten wir ja schon ein paar Mal im Einsatz eigentlich, also bei der Challenge kam das zum allerersten Mal zum Einsatz als zweites Objektiv und ich glaube, irgendwo anders hatten wir das auch nochmal im Einsatz. Ja, genau, bei dem Kropffaktor-Video und Brennweiten-Video war das natürlich nochmal kurz drin. Ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr hoch zufrieden und vor allen Dingen in Verbindung auch mit ein paar Filtern, weil wir sind mittlerweile auch im Filtergeschäft. Also Filter sind bei einer Kamera, für alle, die es jetzt nicht wissen, so, ja, kleine Filter halt, die man vors Objektiv schraubt oder klemmt und die bestimmte Effekte damit erzeugen und in meinem Falle sind das jetzt erstmal in D-Filter, also das sind so Standardfilter im Prinzip, die dafür sorgen, dass das Bild dunkler wird, weil wir erinnern uns nochmal, was wir vorhin erklärt haben, wenn man eine sehr hohe Offenblende hat, dann wird der Hintergrund schön unscharf, aber mit einer sehr hohen Offenblende kommt auch mehr Licht in die Kamera und gerade wenn man mit sehr hellem Licht arbeitet, überbelichtet man da sehr schnell mal und mit ND-Filtern kann man das Bild dann wieder dunkler machen und dann kann man eben mehr Hintergrund und Schärfe zum Beispiel erreichen beziehungsweise auch andere Dinge, die mit dem Licht zusammenhängen, ohne dass man jetzt die Kamera an die Lichtsituation anpassen muss, das kann man dann über den ND-Filter machen. Richtig, ja. Und das hat uns ganz neue Möglichkeiten ermöglicht, gerade in Verbindung mit so hellem Licht und sehr dunklen Stellen, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, außerdem mit dabei an Bord, allerdings nicht im Einsatz, waren drei Verlaufsfilter, also das sind Filter, die nur eine Hälfte vom Bild zum Beispiel verändern und dann langsam in eine Nicht-Veränderung übergehen, das war jetzt auch nicht sonderlich professionell ausgedrückt, die kam aber jetzt bei dem Musikvideo noch nicht zum Einsatz, deswegen dazu jetzt gar nicht mal so viel, was aber zum Einsatz kam und was sehr interessant war und sehr cool war und was gar nicht so häufig zum Einsatz kommt bei anderen Musikvideos, also habe ich zumindest noch nicht so häufig gesehen, sind sogenannte Makro-Linsen. Also die sorgen dafür, dass man sehr, sehr viel näher rankommt. Das kam vor allen Dingen bei den sehr extremen Nahaufnahmen, zum Beispiel bei Miezes Augenaufnahmen kam das zum Einsatz, bei den Aufnahmen von meinen Augen kam das zum Einsatz, bei dem, der Aufnahme, wo wir mit der Hand den Nebel simuliert haben und so weiter, also so diese ganzen richtigen Nahaufnahmen, da kamen die zum Einsatz, auch das erste Mal und die haben richtig Spaß gemacht. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja mit denen auch gearbeitet und es ist auf jeden Fall eine sehr günstige Möglichkeit, wenn man jetzt sozusagen ein vorhandenes Objektiv hat, was man aber für Makro-Aufnahmen nicht nutzen kann, weil es dafür im Prinzip nicht gemacht ist, da kann man natürlich mit diesen Vorsatzlinsen, die vergleichsweise doch sehr erschwinglich sind. Also jetzt noch mal kurz, der Preisbereich liegt hier irgendwie bei lächerlichen, ich weiß nicht mehr, was es genau waren, 20 Euro, 30 Euro, irgendwie so und das war dann schon für alle viel zusammen, inklusive einer Tasche zum Transportieren. Das ist von daher mega krass, dass man mehr oder weniger sein Objektiv einfach weiter nutzen kann, schraubt diese Vorsatzlinsen Linsen noch davor und hat auf einmal ein Makro-Objektiv, was du sonst normalerweise noch zusätzlich erwerben müsstest und gerade diese Makro-Objektive sind gar nicht so günstig, von daher ist das super cool. Was ich persönlich nur beim Filmen gemerkt habe, ist, die sind extrem, ich sag mal, empfindlich in der Tiefenunschärfe. Also da habe ich persönlich gemerkt, weil ich natürlich dadurch, dass ich damit noch nicht gearbeitet habe, gleichzeitig versucht habe, sozusagen den Fokus zu verstellen und die Entfernung von Objektiv zum Objekt dann noch zu variieren, war gänzlich falsch. Also ich habe ganz schnell gemerkt, okay, du lässt den Fokus des Objektives so wie er ist und tust wirklich nur den Kameraabstand, also den Abstand zwischen Objektiv und deinem Objekt verändern und da hast du echt teilweise schon bei einem Millimeter Unterschied, hast du schon direkt eine Unschärfe gehabt, also Wahnsinn. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass solche Sachen vor allen Dingen eigentlich dazu gedacht sind, dass man mit einem Stativ zum Beispiel eine Wespe fotografieren kann in Großaufnahmen oder so. Also die sind jetzt eigentlich nicht unbedingt dafür gedacht, dass man damit jetzt großartig Bewegung in Musikvideos dreht. Das war jetzt so ein bisschen ein Experiment von uns, ob das überhaupt klappt, wussten wir selber nicht. Aber was wir gemerkt haben, ist einfach, also diese Hintergrundunschärfe, die man dadurch, dass eben dieser Fokusbereich so niedrig ist, also der bewegt sich ja auf Millimeter-Ebene teilweise. Die Unschärfe ist einfach Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn im Hintergrund irgendwo Lichter sind, das hat echt Laune gemacht, sich die Aufnahmen dann später anzugucken. Ja. Ja, und ich glaube, da wären wir auch jetzt mit dem Neugier durch. Welch Wortspiel, welch Wortspiel. Ne, ich glaube, vergessen haben wir tatsächlich nichts. Nö, mir fällt jetzt so spontan auch nichts ein. Ja. Ja, aber bis zum nächsten Musikvideo hat Klangcharakter wahrscheinlich die nächste Lage leerbekauft. Naja, gut, sagen wir mal so, man muss dazu sagen, also ich meine, das liegt einem jetzt auch nicht unbedingt in der Tasche, sondern man versucht dann natürlich auch andere Sachen zu verkaufen, um entsprechend dann halt das auch möglich zu machen. Also es ist natürlich immer ein Prozess, den kriegt man jetzt so von Außenstehenden natürlich überhaupt nicht so mit, aber das sind... Ja, vor allen Dingen, weil natürlich auch so Sachen, wenn du jetzt ein Objektiv austauschst, das merkt man ja eigentlich nur, wenn man die Objektive kennt. Ja. Und damit arbeitet und die Unterschiede da raus sehen kann. Also da passiert, vor allen Dingen, bei Klangcharakter immer sehr, sehr viel, und wahrscheinlich können wir alle zwei Wochen ein neues Equipment-Video drehen und da ändert sich dann immer irgendwas, was weggekommen ist und dafür ist was anderes dazugekommen, bis du irgendwann mal zufrieden bist mit irgendwas und dann fängst du beim nächsten Teil an, alles immer wieder auszutauschen, bis du zufrieden bist. Genau. Aber ja, wir sind mal gespannt, was in zwei Wochen bei ihm in der Kameratasche liegt oder in seinem Handtäschchen, wie wir damals im Video ja sehr schön festgestellt haben. Ja gut, ich glaube, wir sind jetzt auch schon relativ weit in der Zeit. Ich sehe es jetzt allerdings gar nicht, weil ich mich so unprofessionell hingesetzt habe, dass ich die Zeit nicht sehen kann und weil der letzte Podcast noch in der gleichen Aufnahme mit drin ist, gerade quasi, weil ich das einfach hinten dran gemacht habe. Deswegen keine Ahnung, wie lange der Podcast jetzt geworden ist, aber ich vermute mal, er war ähnlich lang oder fast so lang wie der davor. Scheint sich einzubürgern. Ich sage es nicht. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich überraschen. Ja, sollten noch Fragen offen sein, wollt ihr zu bestimmten Dingen noch ein Video oder ein Podcast haben oder habt ihr einfach Bock, uns irgendwas mitzuteilen, irgendwelche anderen Video-Vorschläge zu machen, die auch nicht unbedingt was mit dem typischen Thema dieses Podcasts zu tun zu haben, zu tun zu haben, tun, zu tun haben. Es wird Zeit, dass dieser Podcast beendet wird. Ich fahre es nicht. Schreibt es dann einfach in die Kommentare. Genau. Und ansonsten bedanken wir uns wie immer für jedes Abo, für jeden Like und für jeden Kommentar und wir sehen uns dann morgen bei einem neuen Video, wo wir noch gar nicht wissen, was es ist. Und ja, sagen dann mal, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.